Hey, Servus Leute! Ich will euch heute meinen Sony NEX 7 präsentieren. Das ist ein Wechsel DSLR. Du kannst die Objektive wechseln. Das ist sehr praktisch und was sehr positiv ist, wie zu sagen, es gibt keinen Spiegel. Und eine spiegellose Digital-Kamera ist sehr praktisch. Der zweite Vorteil, es gibt einen Mikrofonanschluss. Das ist für eine Klinke 3,5 und sehr praktisch. Da kann man direkt den Ton aufnehmen. Und ja, die Kamera ist sehr kompakt und praktisch zu benehmen. Es gibt auch drei Punkte, die negativ sind. Leider kann man kein Foto machen während des Films. Und es gibt einen Überreizungsschutz. Das ist beim Filmen ungefähr die hohe Qualität ungefähr 10 Minuten und dann kein Film mehr. Und bei normaler Qualität halbe Stunde. Und das dritte ist das Display nicht ausklappbar. Können wir gar nicht machen außer sowas. Also Dankeschön zum Zuschauen und viel Spaß damit. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020